Liebe Diffid und liebe Crosshold-Mitglieder, wir befinden uns in einer Situation, in der sich die ganze Welt stund für stund komplett verändert. Auch wir selber verändern uns und machen uns viele Gedanken. Wir sind die Gedanken, die all unsere lange Menschen und können aber trotzdem von einem Moment zum anderen ist die ganze Welt mit einer Sorge vereint. Und trotzdem jeder einzelne auf seine Art isoliert. Was aber gleich bleibt ist, dass jeder Mensch individuell und ganz verschieden ist. Wir als Mitarbeiter von Diffid und du als geschätztes Mitglied. Wir teilen unsere Motivation mit dir. Weil wir dich als Person kennen und schätzen gelernt haben. Das Internet ist oft unpersönlich. Aber durch unsere Gesichter, so dass man genau etwas erreicht. Ganz persönlich motivieren. Und dir zeigen, wie wichtig du für uns bist. Fitnesskonzept, Fitnessgerät und Trainingspläne kann man kopieren. Aber Gesichter und Charakter von Mitarbeitern und Mitgliedern nicht. Wenn du jetzt spürst, dass wir dich voll zu Hause aus motivieren wollen. Mach uns dir gefallen und trainier daheim weiter. Weil uns deine Gesundheit am Herzen ist. So motivierst du natürlich auch uns. Weiterhin tolle Videos und Fotos für dich zu machen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Zusammen sind wir stärker. Auch wenn wir uns jetzt nicht persönlich sehen. Aber Gedanken können bergversetzen. Vergesst nicht. Wie im Training ist es auch im wahren Leben so. Der Mensch wächst am Widerstand und wird so stärker. Wir freuen uns, euch bald wieder zu sehen. Wir halten zusammen. 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 Mehr halten zusammen.